Nach der Installation des Updates auf 11.2 funktioniert das Autofokus in Verbindung mit einer Handyhülle nicht mehr. Beweis, wir starten die Kamera und stellen fest, sie fokussiert einwandfrei. Jetzt nehmen wir die Handyhülle. Es handelt sich um eine Lederhülle von der Firma Kawai mit einer Kunststoffrückseite, also kein Metall und mit einem durchgängigen Fenster für die Kamera, also kein Reihglas oder Abdeckung hier drin. Wir stecken das iPhone in die Hülle und stellen fest, sie fokussiert nicht mehr. Es ist also nicht mehr möglich zu fokussieren. Autofokus ist schlicht und ergreifend ohne Funktion. Wir entfernen das iPhone X wieder aus der Hülle und siehe da, es stellt einwandfrei scharf. Das Ganze war nicht der Fall mit der Version 11.1. Es scheint also mit dem Upgrade auf 11.2 zusammenzuhängen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.